Es war einmal die magische Welt von Fridalin und den mystischen Kämpfern. Das Ganze nannte sich Hur der Range. Sie musterten aus ihrem beheimateten Land Moistimeyer entfliehen und den Ring, der von einem Gegner namens Marshmallow-Keks-Popo-Fressermann ist, nach Pleasant Park bringen. Denn im Pleasant Park ist die einzig wahre Möglichkeit, den Cockring auf alle Ewigkeit zu zerstören. Und das war die Aufgabe von Fridalin. Fridalin, die magische Hauselfe, arbeitete jahrelang unter dem Namen Fanda bei einer Fernsehsendung. Und die anderen Kämpfer namens... Ähm... Die können sich selber folgen... Ach, scheißegal. Ihr, viel Spaß im Märchen. Also, meine lieben Mitarbeiter, wir wollen irgendwo hinfliegen. Und ich habe die Aufgabe bekommen von unserem höchsten, höchsten Herren, dass wir den Ring zerstören müssen im Pleasant Park. Aber leider haben wir Gegner. Viele Gegner, die es auf uns abgesehen haben. Nun, ich glaube, wir müssen uns einmal sammeln. Ähm... Ich glaube, wir sollten mal den Platz für den Ring finden. Das bedeutet irgendwie... Ich wollte mal improvisieren. Ein Legendary Item? Oder so? Ich brauche Banane. Ich brauche eine Banane. Die Reise fand vonstatten von einem der treuesten Menschen, die es gab. Einer, der nicht wirklich ein Mensch war, sondern eher ein... Ein... Hauskapuzineraffe. Der Hauskapuzineraffe konnte nur UUs auf AAs und die Calls ganz schlecht variieren. Aber der Affe war jahrelang richtig gut trainiert mit Waffen und kann deswegen Menschen töten. Der beste Affe, den es gibt. Den sich jeder vorstellen kann. Ah, danke vielmals. Das ist eine sehr gute Banane. Danke, danke. Ach, das Hauskapuzineräfchen ist doch wundervoll. Nun, was sagst du dazu? Wie war dein Name nochmal? Gründulf ist mein Name. Gründulf, das ist eine wunderschöne Sache. Hallo. Oh, was bist du? Ich... Ich... Ist das etwa ein Ork? Ja, das scheint ein reiner Ork zu sein. Der 200 IQ Ork. Der 200 IQ Ork. Ich bin ein schwuler Ork. Ach, ein schwuler Ork. Wie hast denn du dich geoutet? Äh... Im Ork-Fernsehen. Und die haben mich dann alle beleidigt. Im Ork? Was? Fernsehen. Im Ork-Fernsehen. Ähm, Leute, wir sollten so schnell wie möglich nach Pleißenpark, bevor der Sturm der ewigen Zerstörung auf uns niederprasseln wird. Kommen, Freunde. Nun, ich finde es eine wunderschöne Angelegenheit, dass wir den Flamingo der Zerstörung in den Vulkan werfen werden. Ich wusste, dass das nicht lange funktioniert mit dem Flamingo der Zerstörung. der die ganzen Welten zerstört hat. Ja, das war unheimlich. Erinnert ihr euch noch? Damals mit Megatron und sowas. Äh... Ich brauch den Cockring so umge... Oh, so, so toll da. Der Cockring ist wichtig für mich und mein Freund. ist kann es sein dass der Org ein bisschen Jünger ist und sich bereits als schwul geoutet hat wir wissen wissen hat jemand eine Waffe für mich? ich spreche diesen jedenfalls kommt her große Banane was haben sie denn für mich? für eine Waffe ist es eine magische große Banane danke für die große Banane danke sehr das ist ein Gebrauch sehr freundlich wo ist dein Gebrauch? ein Asskuhl, was? oh der ist nicht gut, lasst uns ihn zerstören wollen ähm, peng, peng, tutung, ähm, oh pass ist er tot, äh, oh nein ähm, ja, er tötet sie, super cool kümmere mich um den hier äh, ähm, verdammt okay, er ist tot ja Leute, wir haben die Nasskuhl ist gut zerstört hier eine sehr gute Angelegenheit gewesen muss ich schon sagen, hat mir gefallen, hat aber auch ein bisschen Munition äh, ein bisschen magische Patronen große Banane wo ist eine große Banane? oh, große, ja, sehr große Banane sehr gut kochen, kochen kochen hoffentlich kannst du auch mit Bananen umgehen, ne mein Junge? da bist du dann jahrelang beigebracht, ja? ja, ja mit ein gutes Haus Kapuzinreifchen mit meiner Banane können wir immer gut spielen wo ist ein Santa? wo ist ein Santa? das ist okay den geflüchtigen Earl hat gesprochen oh, oh scheiße, ich ah, verdammt okay, wir müssen. ok das war ja gut bin ich meine das ist nicht gut zerstörst du meine friends ich muss erst gucken von rein Ach verdammt, ich bin mit meiner Maussteuerung los. Okay, der war ja schlechter als ich. Okay. Da fang doch, Alter. Da fang doch, Alter. Da fang doch, Alter. Geht raus. Eher bei. Eher bei. Eher bei. Eher bei? Okay, das ist ja gut. Ich schalte dich. Gute Affe. Mietz, Mietz, Mietz. Komm bei Fuß, Affe. Ah, 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 ah. Sehr interessante Kommunikation. Gegnerinsicht, heißt das wohl. Auf welcher Seite? Sieht aus. Pen, Pen, mein Name ist Kacko. Pen. Sieht aus. Ui, 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 no, 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 muy bien, Austria. Äh, das ist meine spanische Seite. Ach, verdammt. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Nein, bitte. Wir müssen noch den Ring nach Pleisen Park bringen. Aha. Nein. Tötet sie. Kommt schon. Aber. Sie sind gut. Ging als Puls. Wir werdet euch kriegen. Hilf uns. Sprich deinen Mega-Zauber aus. Und wisch uns von hier weg. Oh nein. I used seine... Was? Hä? Zum Glück hast du uns weggezaubert. Nun, 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 nun. Und so haben sie den ersten Kampf gegen die Nazguls verloren. Sie mussten versuchen, zum Ring zu kommen. Äh, nein, zum Berg, um den verdammten Flamingo des Todes in die Flammen zu werfen. Aber das sehen wir aber in der nächsten Folge von Hur der Gang. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja.